So Leute, wir sind noch immer in der Hürde des Grauen, sage ich mal. Im letzten Part haben wir gegen diese zwei Riesen gekämpft und die auch so wenig gekillt. So, was ist jetzt das hier? Königliche Insignia. Ah, das war ein Kapitel, okay. Ich habe im letzten Part auch wieder direkt gut beendet eigentlich. Ach so. Wir sind wieder draußen, okay. Was ist das? Brief von Ada. Ich habe nicht nur die Neuromaterialien, okay. Schlimmste gefasst machen. Netter Brief von Ada auf jeden Fall. So, was hast du für mich diesmal? So, immer wieder richtig viel Kohle. Ah, das ist sogar mehr wert hier. Blaues Auge. Ach du Scheiße. Ich kaufe aber das leider. Die Schatzkarte. So speichern braucht man nicht. Oh, da ist auch wieder so ein Schloss. Ach, ist das das Hauptschloss von diesem Salazar wahrscheinlich, oder? Ja, das sieht auf jeden Fall so aus. Ja, hier kommt irgendwas. Okay, das Grab nehme ich mal. Den können wir auch wieder mal nachladen. Okay, das Grab nehme ich mal. Oh, da sind schon wieder Dorfbewohner. Oh, da sind schon wieder Dorfbewohner. Das sind hier gar nicht wieder Dorfbewohner. Wow. Was bist du denn von mir? Hier sind beide Instant Down. So, zack. Okay. Oh nein. Was ist denn das hier schon wieder für eine Krankenscheiße? Ja, genau. Blindgranate. Nicht schlecht. Zwei Looten hier schnell. Was ist das? Eine Falti oder so. Okay. Muss ich hier rein, oder was? Okay. Ja, entschuldigung. Das war jetzt eigentlich Vollränder. Hier sind wieder wo? In meinem Untergrund wieder. Weit oben ruht die Gabe für den Löwen. Alles klar. Was mag das heißen? Warte mal. Warte mal. Es geht nicht. Okay. Boah. Schönen Dorfbewohner. Eieiei, Leute. Eieiei, Leute. wieder Fallen ausgelegt. Ah, hier kann ich auch rein. Okay. Ach, scheiße. Was ist das hier? Oh. Zepter? Okay. Brauche ich das oder ist das etwas zum Verkaufen wahrscheinlich? Vorsichtig, nice. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt werde ich gar nicht hoch. Okay, das ist mein Kettensägen-Typ wieder. Oh, gelbes Kraut wieder was zum Aufmotzen. Schlüssel für die Mine. Okay, nochmal. Kann ich das umschmeißen? Hm. So, das können wir wieder kombinieren. Oh, nee, das wollte ich nicht. Oh, scheiße. Na ja, das war mein Fehler. Ich hätte laufen. Zu greedy, Leute, wieder. Ich mache einen kurzen Cut, bis gleich. So, da bin ich wieder. Das sind zwei Kettensägen, verrückte. Wow, okay, ich laufe durch. Das bringt sich hier gar nichts zum Kämpfen. Und da laufen wir einfach durch. Die Tür zu. Nee, die ist natürlich offen. Weder auch, der Scheiße. Was ist denn das jetzt hier? Das ist etwas Ähnliches wieder bei dem Dingens. Oh Gott. Habe ich es geschafft? Ja. Ja, aber die habe ich nicht abgeschüttelt, dem Mistviecher. Hä? So, weil die einfach so am Boden liegt. Oh Mann, Leute. Die Fels häufen sich, wie man sie später aufnimmt, auf jeden Fall. So, was ist das jetzt hier wieder? Ja. So, kann man nix nachladen. Auch aktuell keine Magenschutz. Was ist jetzt das hier? Okay. Okidoki. Okay. Ah, ist wieder ein Krautnuss. Ach, miss, jetzt habe ich das Ding nicht mitgenommen. Das eine gelbe Kraut glaube ich nicht, oder? Also egal. Wenn wir so viel leben, das macht jetzt aktuell auch nichts mehr. Okay, da kann ich anscheinend das nicht aktivieren. So. Oh, da kann ich auch nicht, oder? Warte mal. Hier kann ich aber nix so aus, oder? Warte mal, ach, ich muss den wahrscheinlich anschießen, oder? Ja. Ich habe geglaubt, ich muss den... Das ist wieder klar. Oh, scheiße. Oh, come on. Was soll das denn jetzt hier werden? Okay. Jetzt gibt es ein paar Schuttles hier. Zack. Ja, klar. Die Dorfbewohner, muss ich es echt sagen, die finde ich viel schlimmer, als für diese Kultisten, die in dem Schloss vom Ding sind. Finde ich viel schlimmer. Oh nein. Oh. Oh nein. Okay. Dann kann ich das abschießen. Na ja, kann ich. Na ja, ich blende die mal alle. Dann kann ich die alle abbannen. Der Kettensäge-Typ darf uns halt nicht erreichen. Verpisst euch, Alter. Ach, jetzt habe ich das beides das erste Mal ausgerüstet. Oh mein Gott, bin ich bescheuert. Der Kettensäge-Typ ist da noch immer. Lol. Was war das denn? Der ist durch das Ding gerade gestorren, glaube ich. Der ist noch ein Kettensäge-Ihrer. Was ist das denn hier gerade? Also so stelle ich meine 8x-Brandfort-Fahrt nicht vor. Das muss ich mal schon einsammeln. Nice. Wow. Was geht jetzt ab? Was ist mit dem da? Oh Gott. Wow. Alter, was geht ab hier gerade? Oh mein Gott. Komm. Oh. Hatte mich da jetzt gestorben, ja Leute. Ich wäre ausgerüstet. Was ist das gerade für ein schwieriges Szenario hier? Krass. Boah, ich schwitze hier langsam schon. Was ist denn das jetzt hier? Ah, das ist der Kral, oder? Opferstein. Okay. Jetzt bin ich wieder draußen. Ich wollte gerade sagen, das sind doch welche, oder? Bleib da mal zurück hier. Bleib da mal zurück hier. Oh, das ist die falsche Waffe. Oblach. Okay. Oh, das ist die falsche Waffe. Oh, ich bin jetzt. Okay. Okay. Ah, so, da komme ich so rein. Verstehe. Hier ist aber nichts mehr, oder? Ich glaube nicht. Ne, ich glaube hier ist nichts mehr. Ah, hier kann ich noch raufklettern. Hm. Egal Leute, gehen wir mal rein. Was erwartet uns jetzt da wieder für ein Wahnsinn? Oh, noch ein Kapitel abgeschlossen, okay. Was kommt jetzt, Leute? Oh mein Gott, wo sind wir jetzt? Okay, wir werden noch zu einem, einen Händler glaube ich, werden wir noch gehen. Oh, ist da oben noch ein Speicherpunkt bei dem? Ja. Vielleicht geht sich das noch aus. Was ist denn das hier? Da ist ja schon Statues hier oder so. Oh, wenn haben wir denn da? Ah, die Statue vom Salazar. Ja, da muss ich etwas aktivieren. Dann muss man wieder irgendwas machen. Okay. Aber warte mal. Kann ich das abschießen? Nee, kann ich nicht. Okay. So, schauen wir noch mal da nach oben. Aber hier ist nichts. So, das kann ich ja nicht abballern, oder? Nee. Kann ich auch nicht her. Ach so. Ja, und auf einmal sind da wieder Hunderttausende. Ich verstehe. So, mit denen will ich mich aber gar nicht befassen, ehrlich gesagt. Ah, ich kann hier rüberspringen. Was ist das? Ah, dann geht der runter, okay. Okay. Ich springe dann um uns vorbei. Okay, wow. So, ich habe ja ehrlich gesagt Lust die zum Killen. Oh, nein. Ach, nicht drauf, Leon. Was machst du denn? Ach, jetzt trifft mich der noch in diesem letzten Animations-Frame. 5000 Dinge. So, ich verlaufe. Ach, das ist noch eins. Ach, warte mal, ist da wahrscheinlich oben auch noch eins, oder? Das geht ja nach oben auch, diese Hände da. Ja, tatsächlich. Der dreht sich natürlich in dem Moment um, wo ich rüberjumpe. Das trifft aber nicht. Aber der hat hier hinten tatsächlich den Schalter. Ich kann ja so schnell gar nicht zielen, so schnell der angreift. Du wirst nicht schießen. Was willst du, hä? Ach, da kriegst du wieder noch einer hier. Boah, der geht mir echt auf den Sack, alter. Noch jemand hier. Deckiger Bastard, alter. Jetzt kann ich da rüberlaufen. Ja, da bin ich, glaube ich, down. Rüberspringen. Runter. Jetzt kann ich da rüberlaufen. Ja, wir haben nicht mehr viel, gerade, Leute. Scheiße, was ist das denn jetzt hier? Na klar, jetzt wird der Family Panic, oder was? Ich schwöre euch, Leute, ich habe gedrückt. Ich schwöre euch, ich habe gedrückt. Ich habe ZL gedrückt. Ach, guck, guck, guck. Okay, jetzt kommt die direkt nochmal. Ich habe wirklich gedrückt, Leute. Oh Gott. Mein Gott. Ja, na klar. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das hier für ein Abschnitt gerade? Ist richtig schwierig hier alles. Oh, so Leute, ich würde jetzt sagen, ich brauche keine Pause. Ich brauche echt eine Pause. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.